Die Vorbereitungsgruppe aller Bayerischen Diözesen zu 100 Jahre Patrona Bavarie hat sich am Montag, den 20. März, unter Leitung von Weihbischof Bischof in München getroffen. Auf dem Programm standen vor allem organisatorische Absprachen. Die Vorbereitungen zur Wallfahrt laufen auf Hochtouren. Wir werden jetzt in die Feinjustierung und Feinplanung einsteigen. Das heißt, jetzt müssen alle Zahlen auch zusammenlaufen. Wie viele Pilgerinnen und Pilger kommen aus den Bistümern, wie werden die angemeldet, wo kommen die hin. Und wir werden hier auch noch einmal letztendlich alles durchplanen, wie es gehen kann, dass viele tausend Leute hier in München sein werden. Das Fest Patrona Bavarie jährt sich 2017 zum 100. Mal. Das feiern die Bayerischen Diözesen neben der großen Wallfahrt auch mit Aktionen und Veranstaltungen an verschiedenen zentralen Punkten in der Münchner Innenstadt. Vor allem auch junge Menschen sollen angesprochen werden. Wir haben dem Jugendprogramm das Motto Maria, Hashtag voll die Gnade gegeben. Ein zugegebenermaßen Slogan, der in Jugendsprache formuliert ist. Damit wollen wir Jugendliche ansprechen mit diesem Motto. Aufmerksam machen, das ist ja eine andere Wendung, als es normal heißt, Maria voll der Gnade und einladen zur Diskussion. Was bedeutet Gnade? Was bedeutet Gnade auch für junge Leute? Mit Maria auf dem Weg, mitten im Leben. Das ist der Leitgedanke des Glaubensfestes. Aus ganz Bayern werden zahlreiche Wallfahrer erwartet. Sie sollen erstens die Freude am Glauben mitnehmen. Sie sollen oder dürfen mitnehmen, dass sie in diesem Glauben nicht alleine unterwegs sind. Dass sie mit Maria auf dem Weg sind, mitten im Leben. Und dass dieses Miteinander gelingen kann. So wie das Leben Mariens gelungen ist. Auch mit den ganzen Herausforderungen, die das Leben immer wieder mit sich bringt. Anmeldungen zur Wallfahrt sind noch bis Ende April möglich. Außerdem liegen Flyer in den Gemeinden aus. Und dann heißt es am 12. und 13. Mai 2017 Auf nach München zur Patrona Bavarie der Patronen Bayerns.